Wer sich in Österreich unternehmerisch betätigen möchte, unterliegt in aller Regel den Vorschriften der Gewerbeordnung. Unter anderem ist in der Gewerbeordnung auch vorgesehen, dass es einen gewerberechtlichen Geschäftsführer geben kann, unter bestimmten Voraussetzungen sogar geben muss. Wie das mit dem gewerberechtlichen Geschäftsführer genau funktioniert und aussieht, damit wollen wir uns heute in dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht ein bisschen näher beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Der gewerberechtliche Geschäftsführer ist in § 39 Gewerbeordnung geregelt und ist immer dann zwingend zu bestellen von einem Gewerbetreibenden, wenn der Gewerbetreibende beispielsweise eine juristische Person ist. Ist der Gewerbetreibende eine natürliche Person, dann kann diese Person einen gewerberechtlichen Geschäftsführer bestellen. Der gewerberechtliche Geschäftsführer selbst ist dann der Gewerbebehörde in erster Linie gegenüber für die einwandfreie Ausübung des Gewerbes, für die Einhaltung der Vorschriften der Gewerbeordnung verantwortlich. Verantwortlich heißt auch verwaltungsstrafrechtlich gegenüber verantwortlich. Formale Voraussetzungen bestehen nicht viele. Ich kann den gewerberechtlichen Geschäftsführer relativ formfrei bestellen. Er sollte über 18 Jahre alt sein, einen Sitz innerhalb der Europäischen Union oder des EWR haben, beziehungsweise die für das jeweilige Gewerbe erforderlichen Befähigungsnachweise, sofern die erforderlich sind, mitbringen. Das heißt, er sollte sich in etwa auskennen. Ansonsten muss ich den gewerberechtlichen Geschäftsführer oder die Bestellung des gewerberechtlichen Geschäftsführers lediglich der Gewerbebehörde gegenüber anzeigen. Darüber hinaus muss der gewerberechtliche Geschäftsführer bei juristischen Personen entweder zwingend dem zur Vertretung nach außenbefugten Organ angehören, das heißt Mitglied der Geschäftsführung, sein oder aber, das ist die wesentliche Beschränkung, die Hälfte der normalen wöchentlichen Arbeitszeit im Betrieb beschäftigt sein. Das bedeutet einerseits, dass damit Scheingeschäftsführerbestellungen hintangehalten werden und auf der anderen Seite eine Person in nicht mehr als zwei Unternehmen als gewerberechtlicher Geschäftsführer beschäftigt werden kann. Der Gewerbeinhaber hat, wenn er einen gewerberechtlichen Geschäftsführer bestellt hat, dann im Wesentlichen nur noch darauf zu achten, dass er die Bestellung der Behörde anzeigt, beziehungsweise wenn der gewerberechtliche Geschäftsführer aus dem Betrieb ausscheidet, dieses Ausscheiden der Behörde anzeigt und innerhalb von sechs Monaten einen neuen gewerberechtlichen Geschäftsführer bestellt. Wenn er das alles nicht tut, dann lebt quasi seine Haftung verwaltungsstrafrechtlich betrachtet wieder auf und dann ist der Gewerbetreibende selbst der Gewerbebehörde gegenüber wieder für die Einhaltung der Gewerbeordnung verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017